Wir sind die Familie Krärmbühl und haben hier einen Landwirtschaftsbetrieb und Tourismusbetrieb, wo wir zwei Häuser zum Vermieten haben und wir machen noch mit den Maltieren Trackings. Das war sehr wild hier und wir konnten es nicht wirklich gut benutzen und dann haben wir die Gäste hier und das ist das, was wir haben versucht, zu machen. Wir können die Zürich zur Anstraße, die Bees sind da. Die Bees sind da, die Trees sind da für uns, die wir machen können. Wir können die Sachen, die Geräte zu kommen, das Geräte zu haben. Und das ist so, dass es nicht so, dass es so, dass wir drei Gräuern noch nicht mehr machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020